So, jetzt werden wir mal ein paar Buffalos hier reintun und mal sehen, ob die Meisen sich das schmecken lassen. Und die Spatzen natürlich auch. Die werden auch kommen. Mal ein paar Buffalos mehr reintun, damit es sich auch lohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Kohlmeise hier hinkommt und sich das Futter hier holt. Ja, solange ich hier sitze, dann kommen die Spatzen nicht und die Meise hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Futter für ihre Jungen. Das ist halt der Vorteil. Da kommt sie wieder, setzt sich wieder hin, holt sich wieder Futter und fliegt wieder zum Listkasten. Schönen? Musik Musik Ja du, bist du wieder da? Ja, das ist lecker, ne?